ein schönes hallo und willkommen bei metro wieder und immer noch hier mit der erkundung der bibliothek oder irgend so was also diesen komplex und mir fällt gerade ein ich brauche ja noch medipecs so dann geht mal wieder raus muss ja noch einige sachen finden man fickt dich ins klima also maske ja ich vergesse immer die maske hier kann ich rindrinnen hier ist verschlossen warum auch immer so gucken wir mal weiter weit man hier nicht alles finden richtig man starb mich nicht mal so an alter piss dich was soll denn das fickt dich man was soll denn das oh ach sie misst Vieh greift mir so ein Krüppelvieh an hier konnte ich doch irgendwas nehmen eigentlich habe ich eine schwere rüstung an wo sind eigentlich meine benen kollegen müssen auch irgendwo sein mein gott ist das riesig da liegt was nehme ich gleich eine waffe gefunden könnte nochmal nützlich werden wenn mir die muni ausgeht da gibt es nicht mehr diesen abschnitt kenne ich irgendwoher von metro 1 wenn ich das ding jetzt daneben guckt bestimmt da so ein vieh durch das habe ich genau gewusst lass mich los machen und woher kannte ich denn ich weiß bloß mehr woher sowas gab es bei der teil 1 glaube auch wenn ich mich recht erinnere das geht hüttel das geht hüttel nein es geht nur runter mein strom ist schon wieder niedrig muss ich gleich mal pumpen dann pump ich mal fleißig wieder mein Weffchen nehmen meine kleine Pistole ich muss ein bisschen auf die filter achten weil ich bin ja schon ein ganzes stück hier unterwegs war so ein kleines ding alter aua ihr kleinen mistviecher bin ich schon wieder durch die Sprengfalle durchgerannt bin ich schon wieder durch die Sprengfalle durchgerannt gibt es ja wohl nicht das 탄pare bin ich schon wieder drauf Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wollt er mich verarschen? Kleines dickes Ding Das ist aber auch ein Scheiß hier Das ist das bitte Das ist das bitte Das ist jetzt der Fall Alter Das ist das bitte Das ist das bitte Ich glaube keine Lampen mehr Ich habe keine Lampen mehr Wo bin ich denn jetzt hier? Alter Ach jetzt Ah Das habe ich hier so im Gang auf immer Ich habe aber trotzdem keine Ahnung wo ich bin Alter Ist das ein Scheiß Ja Jetzt bin ich hier runter gefallen Was ich eigentlich nicht wollte Boah Sehr gut Noch mal gefangen Ah wo bin ich denn da runter gefallen Ja So geht es natürlich auch Jetzt bin ich komplett unten Was ich eigentlich nicht wollte Oh Oh Der wollte nicht springen Da fällt mein Eifer durch Da fällt mein Eifer durch Das ist der Abschnitt Das ist der Abschnitt aus Teil 1 von Metro Mit erkenne ich doch Alter Wo muss ich hier hin Ist total krank Jetzt habe ich mich total verlaufen Das ist das Das ist das Das ist das D arm Im .... Das ist ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Er schläft, ich darf keine lauten Geräusche machen Jetzt ist meine Muni alle, das ist ja auch nicht mal gut Ey, die ist gut, die ist echt gut Warum habe ich eigentlich meine Maske hier unten auf? Warum habe ich meine Maske auf? Wo ist meine Pumpmaschine? Ah, hier Das sind nicht die Helsing oder irgend sowas? War doch irgendwie sowas Jetzt muss ich langsam hier irgendwie rauskommen, geht ja mal gar nicht Ich habe bestimmt schon irgendwas übersehen Oh, ist halt global Ah, Strom Hier muss ich aufpassen, hier kann man immer noch runterfallen Was haben wir denn hier? Fick dich Meine Fresse Oh, komm Ey, wisst ihr wo jetzt der Speicherpunkt ist? Och, Fick, Mann Da habe ich ja überhaupt keine Lust drauf Ey, nee, ne Ach, nö Schauen wir mal, ob du da etwas Wertvolles hast Noch ein Kanister Was? Auch wenn er kontaminiert ist Was? Nichts Wertvolles So weit zurück? Versuche nächstes Mal mehr mitzubringen Alter Ich habe noch nicht mehr den Anzug Ey, Alter Das ist doch nicht euer Ernst Hier ist Speichern oder was? Und ich drücke immer so da draußen Was soll das hier für eine Scheiße, Mann? Ey, nur Aufregung jetzt, Alter Ich habe so viel Scheiße gefunden Oh, komm Jetzt weiß ich noch nicht mal, was ich habe und was ich nicht habe Alter Alter Ja, die Tür habe ich natürlich nicht Fickt Euch Das ist ein Scheiß hier Da arbeitet man nicht so weit Und dann Nein Die setzen dich mal komplett zurück Okay Das hier habe ich schon So Ich habe gar keine Filter Total cool Okay Gleich mal wieder zurücklaufen Wo auch immer das war Da Ich zeig durch die Scheiße Das ärgert mich So Geis hoch sehen. Na gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschau.